servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit einem kleinen aber feinen hinweis zum twitch drop der seit freitag ansteht und zwar der das fathom pad ist verfügbar eine süße kleine krabbe wie ihr hier sehen könnt die news ist jetzt nicht super neu aber ich hatte einfach keine zeit vorher dazu was zu bringen ihr seht hier dieses pad welches ihr ergattern könnt und das gibt es vom 22 märz bis zum 5 april zu holen über twitch drops das ganze hat blizzard bekannt gegeben ist bei uns vom oder am 22 märz ab 17 uhr abends und müsste auch bis 17 uhr dann am fünften april gehen was ihr machen müsst ist auf den ersten blick relativ simpel in dieser zeit müsst ihr einem world of warcraft zocker auf twitch vier stunden lang zusehen das ganze muss nicht am stück erfolgen sondern könnt ihr euch aufteilen wie ihr da bock drauf habt wichtig ist aber und das ist hier auch noch mal in der anleitung erklärt ihr müsst euren battle net mit eurem twitch account verbinden andernfalls es wird über twitch gezählt wie viel ihr geguckt habt allerdings wenn die accounts nicht verbunden sind dann könnt ihr die belohnung nicht einlösen und das ist halt doof letzten endes wenn das event gestartet ist und das ist es ja schon guckt einfach irgendeinem streamer zu lasst laufen dabei also den stream laufen nicht nicht die blase worauf ihr vielleicht achten sollte zumindest ist das bei mir teilweise mit diesen twitch drops so dass mit zwei monitoren wenn ich auf dem einen den stream laufen habe und auf dem anderen was zocke und auf dem zweiten monitor nicht aktiv bin zählt diese zeit manchmal nicht warum auch immer was ihr aber machen könnt was sehr sehr gut funktioniert beispielsweise ladet euch die twitch app falls noch nicht geschehen auf euer handy runter und nein das ist keine werbung für twitch macht einfach ein stream an wo einer world of warcraft zockt macht den ton aus dreht das handy rum legt es auf den tisch und fertig ist die laube dann werdet ihr quasi nicht belästigt und kriegt trotzdem den fortschritt für dieses pad und ansonsten sei gesagt wenn das event rum ist wird es dieses pad erstmal nicht mehr zu bekommen geben heißt wenn ihr es unbedingt haben wollt dann solltet ihr euch jetzt daran halten das ganze ist im zuge dieser patch 10.2.6 aktion am start also es ist quasi eine promo aktion zu dem neuen patch und von daher ja gönnt euch soll wohl eine anspielung sein auf irgendwas moanas tamatoa aber ich habe ehrlich gesagt keine ahnung was das ist angeblich ist es ein disney film und sobald oder ist es aus dem disney film keine ahnung wie gesagt ich habe da überhaupt keine ahnung von disney disney schon aber nicht moana und keine ahnung aber gut möglich dass das eine anspielung dazu ist kann ich euch nicht sagen es ist letzten endes auch eine lila krabbe who knows dementsprechend holt euch das pad und damit danke an euch fürs zusehen bis zum nächsten video und rein hauen jo ein Bis zum nächsten Mal.